Hallöchen, ihr Damen und Herren und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play! GTA Online, würde ich sagen. Hier ist der Sari in groß übrigens. Ich habe hier gerade eine große Aufnahme. Das sieht ganz cool aus. Dreh dich mal zu mir. Sehr gut, sehr gut. Sieht wirklich ein bisschen aus wie du. Kann man echt vermuten. So, ich stehe hier gerade mit so einer Scheißkarre. Wir haben jetzt den Server gewechselt auf einen privaten Crew-Server, weil ihr habt ja gesehen in den letzten Folgen, es ist unmöglich, überhaupt irgendwas zu machen. Es ist unmöglich. Genau, wir sind jetzt private for private und hier zocken nur wir. Alter, geile Karre. Ich will den Wagen gerne klauen, ja, will ich klauen unbedingt eigentlich. Da komm ich mit, warte. Und warte mal, ich muss mein Handy auspacken und ich muss jetzt mal gucken, nicht... Kann sein, dass ich... Alter, der will mich doch nicht einfach... Der will mich rausziehen. Aua! Ey, der will es wirklich wissen, glaube ich. Ja, nimm mich doch mit. Ja komm, steck ein, steck ein, steck ein, steck ein, steck ein, komm, 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 steck ein. Oh, nicht irgendwo. Schönes Fahrzeug, schönes Fahrzeug. Wir müssen auch den Tobi holen. Und da vorne ist ein Laden. Tobi, lass uns da am Laden treffen. Komm zu uns. Ich bin schon unterwegs, ich bin hinterher, oder? Geil. Ja, links, 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 Erich, links. Okay, okay. Ich habe leider eine andere Markierung. Ich habe noch deine Markierung drin. Ach, da ist der Laden. Okay, okay. Genau, ganz um die Ecke quasi. Ich hoffe, der hat meine Muni gesaved, die ich mir gekauft habe, sonst schlage ich irgendwie tot. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir jetzt mal in Ruhe einmal spielen können. Auch wenn es echt mit anderen Spielen Spaß macht, wir werden da immer hin und her wechseln. Zwischendurch, wenn wir es schaffen wollen, müssen wir dann halt mal hier auf den Zollern spielen. Ich werde auch, also ganz ehrlich... Es macht auch echt nur Sinn, wenn wir Munition und richtig gute Ausrüstung haben, dagegen andere Spiele anzustinken. Boah, geil, ist ein Torrad. Ich stell mich gleich so hin. Boah, Hammer. Ähm, ich werde übrigens zwischendurch auch privat spielen, auf jeden Fall. Das habe ich gestern schon gemacht. Hey, Tobi. Hallo. Ähm, warte, komm, wir machen jetzt einfach mal schnell einen Raub. Wenn wir die Zeit dafür haben, ne? Das ist halt so eine Sache. Knallt ihr den Typ immer ab? So. Nee, 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 aber ich schieße immer daneben. Genau, weil wenn ihr den nämlich abknallt, habt ihr drei Sterne dann. Oh, scheiße. Scheiße, das wollte ich nicht. Das gibt's doch echt nicht. Das wollte ich nicht. Ey, du hast mich schon zum zweiten Mal umgeboxt. Alter, der hat dich einfach weggeboxt, weil du neben mir standest. Geht zur Kasse. Gar nicht, du hast auf B gedrückt. Nein, ich wollte in die Flaschen schießen, Mann. Ey, jetzt habe ich schon alles Geld verloren, was ich mir eben wieder geholt hatte. So. Tobi, halt mal nach Kopfsausschau. Oh mein Gott, Alter. So. Noch ist clean hier. Oh mein Gott. Noch ist clean? Was? Was zum Teufel? Das sind auf jeden Fall... Da kam gerade eine Tusse und die hat auf mich geschossen, so eine... Ja, auf mich. Alter, auf mich auch. Was ist das für eine? NPC. Einfach ein NPC. Alter. Hä? Warte mal. Hier ist die Kohle. Vielleicht kann ich die mitnehmen. Und die schöne... Nimm die Karre auf jeden Fall. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Shit. Boah, die schießt auf die Cops, die Tusse. Wo ist die Kohle? Wer ist das? Wieso... Hier. Was macht denn er im PC? Ah, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Geld. 200 habe ich wiederbekommen. Hä? Achso. Ich kann auch wegen guter Führung Geld bekommen und ich muss dann schnell mein Handy-Telefonat mal eben machen. Wegen... Achso, ein Telefon hat das ja frei. Wegen der Versicherung. Alter! Wo muss ich denn da anrufen? Shit. Bei Contest. Was ist denn nur aus GTA Online geworden? Hier, da muss ich anrufen bei der Versicherung. Moment, einmal kurz hier. Hier ist die, hier ist die Olle. Achtung. Dootet. Sion Cabrio, kriege ich nur 812 Dollar dafür. Ach ne, dann habe ich das jetzt wieder. Ah, wie geil. Okay, und jetzt muss ich mein Auto holen. 812 Dollar. Hey. Ich muss meine Karre holen. Da haben wir wenigstens ein Auto, was nicht gesucht wurde. Hä? Da liegt ja eine Frau. Erich? Okay, ja, ich bin neben dir. Ich bin genau neben dir. Ich bin genau neben dir. Tobi, bist du auch am Start? Ich hole gerade mein Auto schon und werde von den Bullen gejagt. Geht er zu Fuß hin, ohne Scheiß. Steckt man die Knarre weg übrigens. Oh ja, das ist eine gute Idee. So, komm, dann joggen wir eine Runde. Ich habe übrigens Rache genommen an der alten. Das ist gut. Jogging Simulator 2000, Alter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt die jetzt mit ihrem Schlüpper auf dem Burgersteig und bedient Penner. Wahrscheinlich sind das so eine Art Bots oder so. Tobi, bevor du da reingehst, sag noch Bescheid, ne? Ich bin schon auf der Flucht gerade. Auf der Flucht? Jaja, ich habe mein Auto wieder geklaut. Oh, das ist doch auch ein Auto von uns gewesen hier, Gronkh, oder? Nee, das war nicht unseres. Das steht einfach nur hier rum. Wollen wir das klauen? Sollen wir? Ich dachte, wir joggen da hin. Ja, ich weiß, es dauert ein bisschen lange. Und außerdem fällt es gerade nicht auf. Es ist gerade kein Cop um die Ecke. Äh, was machst du da? Ähm, sorry, ich dachte, ich werde fahren. So fährst du? Ich wollte Gas geben einfach. So, du musst mir sagen, wohin? Links, links, aber schnell. Ich glaube, ich habe da ein paar Leute ziemlich genervt. Oh, okay, links. Ich glaube, wir werden verfolgt von Gangstern. Rechts. Ach so, rechts. Das andere links. Hä? Ne, links bist du ja schon gefahren. Jetzt links in dem Fall natürlich, ne? Also, wir haben nicht nirgends Ruhe, Alter. Jetzt spielen wir schon offline. Links, links, links. Jetzt spielen wir schon offline. Also, rechts hier. Jetzt hier links, 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 links. Nochmal. So, den Laden lassen wir jetzt erstmal einmal aus der Acht, oder sollen wir den schnell mitnehmen? Ne, lass erstmal die Karre holen. Rechts. Ich gebe dir den Tipp. Andi, du hast die ja versichert. Das ist ganz gut. Rechts, ja. Ja, ich habe die wieder versichert. Ich habe die zurückholen lassen über die Versicherung. 815 Dollar oder so hat das gekostet. Weil ich habe schon mal eine Karre geschrottet, als ich den Laden überfallen habe, weil ich drei Sterne hatte. Da ist er doch. Da ist er doch, der Schöne. Entschuldigung. Den müssen wir uns jetzt klauen, weil ich kann nicht die Nummer bezahlen. Deswegen wird es eh eine Aktion. Ah, da vorne steht er doch einfach. Da, da steht er, ne? Geil. Hammer. Schön. Bleib mal stehen. Das ist eh viel schicker, Alter. So, ich habe hier einmal mal eingeparkt. Boah, schön. Wenn das nicht so könntest. Äh, ne. Doch, das ist er. Das ist er ja tatsächlich. Er ist wieder da. War das ein Cabrio? Ja, das ist meiner. Oh. Komm, ich stecke mal mit ein. Alter, endlich mal legal Auto fahren. Da haben wir ein gutes Fluchtfahrzeug. Brauchen wir nur noch die Papiere für unsere Personalie. Okay. Lieber Tobi, sollen wir uns hier vorne bei dem Laden treffen? Weil wir müssen ja Kohle jetzt mal die Folge machen. Ja, ich komm rüber. Und dann machen wir nächste Folge Missionen oder so. Aber jetzt klappt es wenigstens irgendwie, ohne dass wir von 15.000 Spielern umzingelt werden. So. Am besten mit dem Wagen immer schon mal eine Fluchtrichtung parken und nicht hinter den Bäumen. Ja, das stimmt. Also mit der Wagentür versuche ich immer möglichst da am Ausgang. Aber wir sollten eh probieren aufs Dach zu kommen. Sollen wir nicht erst mal checken, ob der ein Dach hat? Wieso aufs Dach? Ja, da können wir aufs Dach flüchten. Das ist der Trick 17. Weiß ich vom Tobi. Vom Bullen? Ah, hier, ne. Hier können wir auch in das Car Wash drüben flüchten. Hier mach ich jetzt mal mal das Car Wash. Warte mal, warte mal. Warte mal. Okay. Ich will mal kurz hier den Laden abchecken. Erst mal komm, wir starten einen Bruch. Da müssen wir uns erst mal den Laden genauer angucken. Der Tobi braucht doch eh noch ein bisschen. Wir können einfach rüber ins Car Wash fahren. Hier, guck mal. Hier können wir hoch. Einfach aufs Dach legen. Oder hier hinten. Hier hinten die. Hier hinter ganz einfach aufs Dach. Super. Wo ist denn die Leiter? Hier hinter dem Gebäude. Okay. Ja, soll ich machen? Ja, wir machen das zusammen. Komm. Dann können wir den noch schneller einschüchtern. Ich darf... Ja, wir müssen nur gucken, weil wenn wir schießen... Ja, halt bereit. Nicht mich... Ne, du hast B-Geduld. Okay. Ne, ich hab noch gar nichts Geduld. Ihr dürft euch nicht nebeneinander stellen. Ihr müsst hintereinander wieder wissen. Genau, genau, genau. Schieß mal ein bisschen hinter ihn. Dann kannst du ihn mehr einschüchtern. Hm. So. Und dann halt mal die Knarre auf ihn. Ne, du dir mal die erste Kohle. Genau. Genau, halt die Knarre auf ihn. Ich lauf mit der Beute weg. Okay, bist du bereit? So, er ist total eingeschüchtert. Jo. Ja, ja. So, pass aus. Alter. Du bist genau in den Schuss gelaufen. Der hat mir doch grad schon die Beute gegeben. Warum schießt du noch? Der war doch schon komplett eingeschüchtert. Ich wollte den töten. Der macht das auch nachher noch. Nein, der tötet dich doch nicht. Egal, dafür hab ich jetzt... Oh, dann bin ich tot. Bewaffneter Räuber. Außer Gefecht. Von der Straße. Ein Schuss von... Bewaffneter Räuber. Auszeichnung. Neue Tätowierung. Clown. Ich... Ich nehm jetzt mal einen Laden allein auseinander, Alter. Das kann doch nicht sein. Ey, ich wollte den erschießen. Du bist genau in meinen Schuss gerannt. Dann erschieß den doch nicht. Du musst den nicht erschießen. Dann kriegst du drei Sterne, wenn du den erschießt. Ja, aber wenn wir den nicht erschießen, zückt der gegebenenfalls die Waffe und knallt uns. Dann musst du rückwärts raus... rückwärts rausgehend Knarre auf ihn gerichtet halten. Ja gut, das war aber auch problematisch, weil da 15.000 Bullen schon drinne waren. Ich bin ja direkt rausgehend erschossen worden. Naja, naja. So, ich hoffe ich krieg jetzt keinen Stern, weil die Bullen da sind. Tobis Kari sieht ganz gut aus, nehm ich mal mit. Schade, dass ich noch keinen Selbstzünder habe. Den kann man nämlich auch kaufen später. Ist auch geil eigentlich. Ja. Aber wie fährt die denn? Boah, wo mein Fahrzeug jetzt wieder steht. Ist ja eine Katastrophe. Als wir Polizei gebraucht, da keine Angst haben. Ich glaub, die wollen nur mich. Okay, das ist gut. Ich markier mal ganz kurz. Wir können mal ganz kurz unabhängig ein paar Läden abklappern. Wie denn kommt mir das so? Wie denn kommt mir das so? Immerhin hab ich jetzt die Kohle noch. Ist ja ganz gut. Ah, sehr gut. Toll. Hat sich gelohnt der Buch. Aber wir teilen ja eh sonst. Ja, das ist kein Problem. Wenn immer jemand mit Bredouli gerät. Sorry, Alter. Bist mir einfach... Echt ein Stoss war nicht absichtlich. Ne, macht ja nichts. Aber du brauchst ihn echt nicht erschießen. Du hast mich ja eben auch K.O. geschlagen. Ja, aber sind wir eh quitt. Ne, du brauchst ihn aber echt nicht erschießen. Geh nur rückwärts mit der Knarre raus. Wenn er die Knarre zückt, dann kannst du ihn erschießen. Das ist die beste Einbrecher. Ja, aber echt, ey. Profi Gangster. Voll die Panzerknacker einfach. Ey, ja, bei GTA Online gibt es auch Prostituierte. Ja, na klar. Es gibt auch Stripclubs. Mhm. Mhm. Aber bei Stripclubs haben die was an. Wir müssen nicht auspixeln. Echt? Ja, es ist ein Traum. Was? Das ist ja interessant. Da freu ich mich erstmal über Klamotten. Ach, Alter. Da will wieder shoppen gehen. Unsere Shopping Queen, Alter. Dich. Ach ja, genau. Was ich mir noch sagen muss. Wie kann ich jetzt Geld auf die Bank überweisen mit dem Handy? Das weiß ich auch nicht. Erich, du weißt es doch eigentlich. Ähm, mit dem Handy? Und dann gehst du auf Finanz- und Dienstleistung. Ey, wieso kommt die Nutte nicht? Ja, äh, genau. Und dann kannst du Online-Banking. Gibt's keine Finanz- und Dienstleistung? Natürlich, beim Handy ins Internet und da Finanz- und Dienstleistung. Ach so, Internet habe ich vergessen. Entschuldigung. War vielleicht ein Hinweis. Okay, und dann ist es die Maze-Bank. Genau. Es gibt ja eh nur die eine da. Und da kannst du direkt Einzahlung machen. Hallo, Playmassive. Einzahlung. Wird, dass ich noch nichts zum Einzahlen habe. Ich nehm, zahle immer 1.300, äh, 1.734 ein. So, und jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber ich habe ja Munition und muss noch einen Laden auseinandernehmen. So, einfach zurück aus dem Netz. Ey, Nutte! Ich fahre Monster Truck! Ich habe einen kleinen Penis! Wer ist das denn? Wer ist das? Ah, das ist der Turbinator alte Socke. Kommst du mit? Dann können wir mein Auto schnappen. Ist da vorne. Bisschen Jogging noch. Aber wie vorsichtig wir jetzt mit Diebstahl und so geworden sind, ne? Überhaupt nicht. Ach, steht das jetzt hier auf dem Hof wieder vom Schrottplatz? Ja, genau. So eine asoziale Aktion, ist das denn? Haben sie abgeschleppt? Ja. Klar. Schweine. Und hier kommt man nicht rüber. Wie können wir dann jetzt einbrechen, Tobi? Wie ist das? Ich glaube, da brauchen wir ein Auto für, weil wir dann über den Zaun springen müssen. So, ich kalme überhaupt nicht da und gib die Kohle raus. Warte mal, warte mal. Hier oben die Ecke rum. Ja, genau. Dann da oben. Da kommt man rüber. Aber wir kriegen zwei Sterne, wenn wir das jetzt machen, ne? Ja, müssen wir aber. Ich will meine Karate zurückkriegen. Komm schon, komm schon, beeil dich, beeil dich! Zwei Sterne. Zwei Sterne. Hier, der da ist das, ne? Dein Glück, Junge. Das Problem ist natürlich, dass wenn wir jetzt... Alter, was ist denn da los? Was sind das denn für Wachmänner? Wie kommen wir denn jetzt aus dem Wagen raus? Durchs Tor? Ja, einfach stehen bleiben kurz vorm Tor, das geht auf. Hö, drei Sterne, fuck! Okay, okay, das geht auf. Wieso habe ich jetzt drei Sterne? Scheiße, ich bin am Arsch. Okay, das ist ja nichts Neues. Am, nicht im. Achso. Wow! Und dann noch mit diesem scheiß lahmen Jeep. Wieso holst du das? Kann ich hier eine Reise fahren irgendwie, Tobi? Nee, nee, das ist eine Garage, die du kaufen musst. Ah, okay. Die sind aber auch arschteuer, die Dinger. Also ich frage mich, wenn man das zusammenkriegen soll. Oh, man. Dann hängen wir die mal ab, die Penner. Wir haben ja wenigstens eine halbwegs gute Karre. Hat es gelohnt, die wieder zu holen. Ja, das ist eine schöne Kiste auf jeden Fall. Auch wenn das nicht vorne nicht geht. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich! Ich glaube, das war's schon fast. Wir fahren bei mir kurz in die Walachei. Und meine Walachei, ne? Dein Walachei ist... Oh! Alter, der war nice, oder? Der war sehr schön. Oh, guck mal, guck mal, hast du Angst, Tobi? Hast du Angst? Nee, ist ja dein Auto. Oh, ich mich spawner einfach. Oh, fuck. Alter. Alter. Was macht ihr denn da? Ich frag besser mich. Verkackt ihr wieder irgendwas? Hast du Angst? Nee, überhaupt nicht. War eigentlich lustig. Auf den Bahnschienen zu heizen ist super. Okay, auf zum nächsten Geschäft. Hat euch ja Zug erwischt. Auf zum nächsten Laden, oder? Ich markier mal einen, warte. Ja, mach das mal. Ähm. Traust du dich wirklich Karte zu machen, während ich hier am Auto sitze? Ich fahr hier wieder durch den Tunnel. Boah, fuck it, ey, die scheiß Bogen. Alter, wow! Boah, und da so ein Zuge auf einmal. Ey, eben als ich hier im Tunnel war, kamen gar keine Züge. Boah, ich krieg grad richtig Vollgas hier. Der Wagen sieht schon sehr schön aus, oder? Boah, ich hab keine Reifen mehr drauf. Ich fahr auf drei Felgen, Alter. Das werd ich niemals überleben. Ich hatte mal, als ich nicht aufgenommen hatte, so'n Burnout mit so'n Muster gemacht, und mir beide Hinterreifen weggeplatzt. Beide. Ja, ja, das hatte ich auch in der Aufnahme, zum Glück. Als ich auf euch gewartet habe, auf den Auftrag. Alter, ich kann mit dem gar nicht mehr fahren. Der Wagen ist klimisch tot. Wir kommen hier nicht raus. Wir müssen echt weiter durch den Tunnel. Alter, ich hab noch so Überfälle schon tausendmal gemacht. Wieso krieg ich jetzt drei Sterne? Ja, so geht's natürlich auch. Ich kann nicht mal mehr geradeaus fahren. Scheiße. Okay. Parkplatztrend. Treff und Parkplatz. Kommst du mit? Hui. So, jetzt mach dich bereit, Tobi. Halt dich fest. Oh. Boah, fuck it. Fuck. Da denkt jeder, der macht jetzt so'n richtig geilen U-Turn oder so. Aber erstmal voll in die Hauswand, so wie es sich gehört. Obwohl, ich muss ja mit der Karre aufpassen. So, wo seid ihr? Was macht ihr gerade, Freunde? Wir fahren zum nächsten, äh, hier, äh, zum Überfall. Da, wo wir sind, ist der ziemlich genau. Sollen wir noch auf dich warten? Ja, ja, ja. Warte, ich komme. Bist du sicher? Ja, warte, ich organisiere mir gerade ein neues Auto. Alter, jetzt warte doch mal. Der fährt über Rot. Das macht man doch nicht. Ja, bis dahin haben wir den Laden ja schon aufgenommen. Dann treffen wir uns beim nächsten. Ja, mir ist das Wurst. Oder? So, Wagen habe ich organisiert. Wo gehst du hier rein? Äh, hier um die Ecke rum. Hier, warte, warte, warte. Hier. Ah, das ist der, ich dachte, der Mexican-Store wäre es gewesen. Oh, der hier. Geh, Tobi. Ich schieße dir da mal in den Rücken. Ich habe eh keine Muni mehr. Du musst es machen. Schieße dir da mal in den Rücken? Was ist das für eine Ansage? Gib die Kohle. Ich habe keine Kohle mehr, äh, also. Ach, da hinten seid ihr irgendwo. Äh. Hey, Girly, mach das mal, du kleine, kleine Chica. Ich bin eine richtige Assi-Brau. Andale, andale, kleines. Jetzt haben wir schon drei Sterne. Jetzt kommen wir noch rumballern, glaube ich. Drei Sterne für Spaß. Ja, schnapp dir die Kohle. Komm, Alter, schnapp die Kohle. Schnapp dir die Kohle. Du hast weniger wie ich. Okay. Ich hab sie. Sehr schön, danke. Okay, jetzt ab in die Karre. Spring ruhig rein, fahr ruhig, wenn du magst. Oh, der Heli ist schon da. Den haben wir natürlich beschissen positioniert, den Wagen. Oh, aber es geht. Hier ist es eigentlich ganz cool. Das war ein gelungener Raub. Genauso muss man es, glaube ich, machen. Ich bin auch dafür, den Typen zu erschießen. Ja, die denkt nicht mehr so. Nein, nein, nein. Den Typen zu erschießen bringt der meistens drei Sterne. Macht das doch schon. Wir hatten gerade eh schon. Ja, ja, ja. Das hast du sonst nur... Normalerweise hast du zwei ab und zu mal drei. Ich weiß noch nicht genau, warum. Wir waren besonders aggressiv. Jetzt kann ich mir endlich Munition kaufen bald. Schau dir so. Ich hab ja auch Geld überwiesen noch. Ich hab jetzt so 2.000, 3.000 Dollar. Ich bin fast reich. Aber wenigstens hab ich auch ein Auto im Gegensatz zu euch. Was gleich nicht mehr so gut aussehen wird. Hä? Aber das Gute ist ja, wenn die Karre explodiert, zahlt die Versicherung, ne? Oh Gott! Boah! Boah! Läuft bei dir! Ja, schön, mein schönes Auto. Alter! Boah, ich hab die Augen zugemacht. Alter! Was? Alter, sick! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Soll doch mal sagen, Tobi fährt besser als ich, ey. Aber mir gefällt dein Fastly sehr. Alter, das ist voll die Quetschkarre geworden. Das sieht so aus wie Grongs in Folge 5 oder so. Uh, ich räume von vorne, hat der komplett neues aerodynamisches Design. Hast du hinter uns im Blick, wenn von hinten hinzu kommt? Nö. Okay, gut. Ich mach hier grad Cinematic-Ansicht. Aber ich kann das mal, äh, probieren gerade. Moment mal, ich mach das eh mal weiter weg. Ja, so kann ich das sehen. Ich glaub ich höre grad die Bullen bei euch. Ne, das sieht ganz gut aus. Wir können sogar im Tunnel bleiben eigentlich. Oder? Ich guck mal nach hinten, ob da ein Zug kommt. Nur nach vorne. Lass uns hier drin bleiben, weil die erwischen uns hier nicht. Und dann war's ein gelungener Raub, Alter. Wie aus dem Bilderbuch. Wenn wir sowas mal hinbekommen haben. Ne Zeit, schlürf ich mal kurz nen Eisdee. Ja, wir haben's geschafft. Sauber. Achtung, Zug von hinten! Ne. Steig aus, steig aus. Steig aus, gut. Alter, der Wagen ist super. Super, wir haben 2000 Euro gewonnen. Und einen Wagen zum Totalschaden von 20.000 Euro. Schon wieder drei Sterne, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Warum krieg ich immer drei Sterne? Weil du mal mit geklauten Karren rumfährst? Ne, ne, ne. Ich überfall ja grad, wenn du mal wieder einen Laden... Oh, Alter! Was war das denn? Okay, scheiß auf die Karre, oder? Warte mal, krieg ich den noch rum irgendwie? Ja, du kannst den Schildkröten-Trick machen. Boah, so. Wollen wir den mal zum Reparieren fahren? Das klappt bei meinem Fahrzeug auch immer. Ja, da vorne ist doch direkt Reparaturstation. Ich glaub, er hat es verdient. Das kostet einiges, ne? Wie teuer ist das? Weiß ich, ich glaub, 600 oder so kostet das bestimmt. Ja, müssen wir investieren, Alter. Guck dir den Wagen mal an. Was hast du denn? Sieht doch gut aus. Wenn ich in echt so ne Reparatur für 600 bekommen würde, wär ein Traum. Boah, fuck. Wann sagst du die Leute, die an Autos umgehen würden? Für 600 Euro einfach mal total schaden den Wagen. Oh, shit. Achso, ich soll ja bezahlen, ne? Ja, ich hab glaub ich, ich hab nur 1000 Dollar. Warum? Ja, weil ich die ganze Zeit gestorben bin heute. Aber du hast das auf der Bank hoffentlich, oder? Noch ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Okay. Ich sollte auch mal Geld auf die Bank überweisen. Ah, fuck zu reparieren. 600 hast du ziemlich gut getippt, Alter. Ist das nicht, wenn du ne Versicherung hast, bezahlt das nicht die Versicherung, wenn das Auto kaputt ist? Nö. Ich glaub nur, wenn's ein Totalschaden ist und brach liegt, oder? Achso. Okay, sollen wir den Erik mal abholen? Warte, 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 ich versteck mich. Ich hab drei Sterne, versteckt mich gerade. Okay, dann komm ich dich abholen. Ich glaub ich stehe hier einigermaßen safe unter ner Brücke. Überall schwärmt es mit Bullen. Aber ich glaub, hier finden die mich nicht. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Kannst du mal markieren, Tobi, wo der Erik ist und fällst dich aber hin? Kann ein bisschen dauern, bis die Sterne weg sind. Okay. Ah, da ist er. Das sind drei Sterne Deluxe. Oh, da können wir in die Bahn schienen, aber da müsste ich den Wagen wieder verschrotten. Ich bin auch ganz unten irgendwo im Kanal. Ich glaub der ist da, wo wir auch gerade waren, kann das sein? Echt? Im Abschluss bin ich hier unten. Hier war der Laden, den wir gerade überfallen haben. Den hab ich auch gerade überfallen. Der arme Sack. Der arme Kerl. Yeah! Drei Sterne los. Du bist da drunter unter der Brücke. Unter uns dieser, ja. Genau, genau, genau. Warte mal, ich mach mal ganz kurz Finanzen und Kiste. Ey, warte ich komm, ich pack dich ins Auto, steig einfach in die Karre ein. Ja, ja, warte ich mach kurz, ich mach ganz kurz die Überweisung. Ist der da unten drin? Ja, im Kanal, glaub ich. Da hinten. That's what she said. That's what she said. So, warte. Menü. Ich hab kurz die Überweisung gemacht. Ach, da seid ihr ja. Ich steig mal um zu euch, ja? Was hast du eigentlich mit meinem Auto gemacht? Alter, der Jeep war voll scheiße. Hä? Ja, der steigt nicht. Ich fahr mal kurz ein bisschen vor, bitte. Also eigentlich müsstest du hier rein, ach, der Tobi muss vielleicht erst aussteigen. Oder ist das nur ein Zweisitzer? Das ist ein Zweisitzer. Nee, aber hinten hat der doch, hinten hat der doch noch zwei Sitze. Nee, der macht da irgendwie nicht. Ich steig mal aus, vielleicht. Ich steig auch mal aus, genau. Vielleicht kannst du da hinten rein. Nee, dann steigt der automatisch vorne ein. Das ist ein Zweisitzer. Das ist Zweisitzer. Ja, komm, wir fahren. Ja, nehm ich das hier, das ist auch schön. Ist auch ganz cool. Der Tobi surft oben drauf. Du weißt, Hain's Row, ne? Aber toll, jetzt hab ich einen Bullenstern, Hammer. Oh, nee, war auch nicht mein Wagen. Aber egal. Können wir hier durchfahren eigentlich? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Probieren wir es. Der Preis ist heiß. Sieht ganz gut aus bisher. Das sieht sogar sehr gut aus bisher. So, einen Raum machen wir noch, die Folge, oder? Ja, auf jeden Fall. Einen müssen wir noch. Schön ruhig das aber auch nicht. Ey, Alter, wir haben es echt mal kontrolliert hinbekommen. Ja. Oh. Boah, Alter. Da kommen wir gar nicht raus, oder? Alter. Na doch, da hinten geht's schräg nach oben. Oh. Ey, das war die Wand. Die Reparatur kostet ja noch 20 Euro. Aber man kann ja auch in der Mitte fahren. In der Mitte könnt ihr die auch fahren. Das geht gerade noch. Oder da angeschräg einmal nach oben raus semmeln. Ja, jetzt hier raus. Genau. Genau, fertig. Oh. Oh. Yeah. Elegant. Nice. Gut, die Reparatur hat sich jetzt nicht mehr gelohnt. Ist auch egal. Okay, äh, wo fahren wir hin? Zum nächsten Laden, ne? Warte, warte. Ich markiere mal auf der Karte gerade. Okay. Ihr habt den da unten rechts gemacht. Dann hab, daraufhin hab ich den. Ah, der hier ist noch. Der, der hat auf jeden Fall noch Kohle. Okay, dann flitzen wir da mal hin. Ein bisschen so, dass man nicht eine Crewmarkierung setzen kann. Vielleicht geht sowas. Ich weiß es nur noch nicht. Ja, das stimmt. Ah, das her. Ich wollte wieder über die Schienen, wisst ihr? Huch. Oh, ach, der Tobi hat einen Stern. Alter, was wollt ihr von mir? Geht weg. Ist der Sheriff? Okay, Vollgas. Action Satisfaction, Freunde. Jetzt wird der nächste Laden ausgenommen. Ach, freu ich mich gerade, dass wir es hingekommen haben. Endlich mal nach 20 Jahren. Cool, ich bin gerade in die Cinematic-Mode gewechselt. Ist auch gut. Stylisch, ey. Der Tobi hat auch Spaß gerade dahinten. Im Cinematic zu fahren ist gar nicht so leicht. Ich beobachte gerade mehr oder weniger das Rad da, weil... Im Cinematic zu fahren ist cool. Wirkt das eigentlich komisch? Das wirkt, als hättest du gesoffen. Ah. Also eigentlich normal. Boah, Gott sei Dank. Okay, ich fahr mal wieder normal. Hier. Zack, auf zum nächsten Arbeitsort. Ich bin bescheuert, dass es... Nur weil der Wagen geklaut ist, ey. Komm. Na Greg, bitte. Na Greg. Tobi, kommst du mit? Ja. Ja. Nur weil der Wagen gestohlen ist, verfolgen die mich. Verstehe ich aber auch nicht. Finde ich ein bisschen lächerlich. Vor allem, ich hab ich ja nicht mal gestohlen. Echt? Du hast einfach nur einen Wagen mitgenommen, der verweist in der Ecke stand. Die Tür stand offen. Ist das nicht eigentlich auch stehlen, wenn du das mal so genau... Um geklauten Wagen zu klauen, ist klauen. Ja, eigentlich ja, ne. Obwohl Minus und Minus ja Plus ergibt. Also eigentlich weiß ich's nicht. Yeah. Mach mal hier in die Seitenwasser rein. Genau. Okay, Erich. Bist du bereit, Erich? Ich bin bereit. Ich hab übrigens keine Munition. Obwohl da ein Ammunition ist. Könnt ihr natürlich jetzt auch mal Munition kaufen zunächst. Also im Knarre hab ich Muni hab ich. Aber ich glaube das mit überbewertet. Wenn du keine Munition hast, dann heißt das, ich komm vielleicht lebendig aus dem Raub raus. Okay. So, willst du im Wagen warten? Nö. Nee, park nicht vor der Laterne. Das krieg ich schon hin. Naja, weiß ich nicht. Wird genau vor der Tür parken eigentlich immer. Okay. Damit wir gar nicht mehr... Oh Leute, dann können wir das Fahrzeug als Deckung nutzen. Das ist gar nicht so schlecht im Notfall. Wo ich ja keine Munition hab. Warte, ich komm mit rein. Einer muss den auf den Kopf schießen. Ja, vor allem schlägst du mich sonst mit deiner Waffe wahrscheinlich nieder. Nee. So, was auf. Ich mach mal. Los, 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 los. Beeil dich, beil dich. Ich bin nur dabei. Nein, ich hab nichts gemacht und hab nen Stern. Über welchen nur ein normaler Gast. Okay, dann. Ich hab vier Sterne. What the fuck? Oh, oh. Alter! Sarah! Du kannst doch nicht immer... Du kannst doch nicht immer nicht neben mich stellen. Nerv. Bleibt mehr Beute für mich, Alter. Ja. Wie geil. So. So. You should be ashamed of yourself. Wieso hab ich vier Sterne? Ja, dann kannst du die noch umbringen, oder? Oh, weißt du. Hast du recht. Ja, schön. So, die Karre ist weg von Walle. Ich schläg bei dir einfach mal mit ein. Okay. Ist aber... Auf geht's. Ist grad ein bisschen schwierig. Ich hab vier Sterne, bis zum Zug getot. Alter, hol mich ab. Alter, ich hab vier Sterne. Ich werd gleich abgeholt. Du hast mir auf den Schäden geschlagen. Die Karre lässt sich kaum noch steuern. Ja, Entschuldigung. Du warst genau in meinem Knauf. Warte, die Karre ist jetzt schon im Arsch, Alter. Du kannst doch nicht... Alter, ich schieß doch da. Du siehst doch, dass ich arbeite. Oh, ich hab mich tot gelass. Wie das aussah, dass ich mir nicht einfach nicht... Bock. Eigentlich auch doof, dass man die eigene Crew einfach so wegballert, so. Alter, der ist doch behindert. Warum... Warum machst du das? Ich hab das ja gar nicht gemacht. Na klar. Oh, Alter. Hier sind über... Oh, Alter. Swat. Das war super lustig. Tobi? Ja? Bist du schon ausgestiegen? Nee, noch nicht. Aber ich überleg grad. Du weißt, dass du gleich tot bist, ne? Und ich hol jetzt mein Auto zurück, scheiße. Hier escalated auch grad alles? Boah, Alter. Oh, oh. Ich hab tot gelass' gerade. Schön. Sowas gefällt mir besonders gut, wenn ich nicht so tot lachen muss. Okay, mal kurz auf die Karte. Beeil die Karte. Scheiße, der Heli. Wir kommen nicht durch die Berge. Wir fahren grad so falsch. Boah, Alter. Was? Ich bin tot. Toll, was mach ich jetzt? Sag, du bist Beifahrer. Du hast dein Taxi genommen. Boah. Alter, die haben mich in der Fahrt weggeschossen. Sag mal Bescheid, wenn ihr keine Agro mehr habt, dann... Also ich bin Agro frei. Das Ding ins Gesicht, ey. Dann hol ich nämlich mein Auto in der nächsten Episode vielleicht. Oh. Ich hol hier auch grad mein Auto. Ach, wie geil. Ja, dein eigenes. Nee, mein eigenes ist leider weg. Du kannst das bei der Insurance, doch. Du kannst bei der Insurance holen. Nee, nee, nee. Das ist leider schon durch die Geschichte. Ich hab die Insurance nicht mal mehr im Handy. Boah. Man kann GTA Dollars im Xbox Game Store kaufen. Wow. Echt? Das ist ja ne Neuigkeit. Wie gut, dass das gerade deaktiviert ist wegen Serverprobleme. Kann man da auch gut, kann man da auch ein gutes Einloggen kaufen, weil man Kumpels spielen, weil das nicht zwei Stunden dauert? Premium Login. Premium Login. Ja, wahrscheinlich. So könnte man echt Geld machen, ne? Das wär traurig. Ich fahre einfach fantastisch. Warum hast du Rockseid jetzt nicht auf ne Idee gebracht gerade? Oh mein Gott. Premium Service. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, würd ich aber auch noch nehmen. Nee, das muss ja nicht sein. Wieso hatte ich vier Sterne beim normalen Überfall? Das, da komm ich nicht auf klar. Beim Premium Service hängt es natürlich davon ab, was bringt dieser Premium Service, ne? Und ist es nicht nur Geldbeschneidung, was es eigentlich früher immer kostenlos gab? Dann würd ich die schon ein bisschen. Bei Battlefield ist es ja zum Beispiel so, dass du als Premium Member auch leichter auf die Server raufkommst, wenn die voll sind, ne? Ja, das stimmt. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es sowas gäbe, so ein Premium Service, aber ich glaube, den würden halt alle auch wieder nehmen. Ja. Dann wär auch keinem geholfen. Ich glaub, wir sollten uns für den nächsten Raubüberfall, sollten wir uns mal ne Maske kaufen. Ah, das wär auch ne Idee. Gibt's sowas? Am Strand kann man das machen, ja? So Schweinemasken und sowas. Und als Überfallmasken. Lass uns zum Strand fahren. Ist ja das richtige Wetter. Tobi, bist du bei mir im Wagen? Ich bin hinter dir, ja. Ach so. Ne, in deinen Wagen steig ich nicht mehr. Ja. Was? Okay, ich hab wieder zwei Sterne. Ach, das sind Filmmasken. Ich dachte, das wär ein Theater. Oh. Bist du drin? Ach so, du steigst ja nicht mehr ein. Ne. Ich bin eigentlich mutter Verstecker, aber bei vier Sternen bin ich machtlos. Ich will meinen Wagen zurückhaben. Ich hatte auch noch nie fünf. Kommt da eigentlich das Militär? Hattet ihr das schon? Ich hatte auch noch nie fünf, ne. Wahrscheinlich kommt ein Rockstar-Mitarbeiter und gratuliert dir. Ach du Scheiße. Und die Kopf sind mir wieder am Arsch am kleben. Nein. Okay, pass auf. Also ich habe einen Leihwagen. Einen Leihwagen. Habe ich mir ja irgendwo geliehen. Hebe ich aber jetzt zurück. Ich schwör. Mach ich auch, Alter. Die fallen da bestimmt drauf rein. Du musst dich langen. Jetzt gegne den Ström. Nein. Oh Scheiße. Ich fahr hier irgendwie falsch. Ne, doch. Ich hab voll die Passanten auf dem Gewissen. Oh. Und hast du jetzt ein schweres Gewissen? Bist du jetzt betrübt? Ja. Alter. Zum Glück schliert der Wagen bei Regen mich. Nein. Nein. Boah. Hätte die Gewitter extrem geil. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es echt übel. Die Gewitter ist ein Hammer. Die Gewitter ist ein Hammer. Wow, es gewittert ja. Danke. Ich habe mich wieder gerade geschoben. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Boah. Boah. Alter. Mach's mal gut, Laterne. Mach's mal gut, meine liebe Laterne. Hier steht doch irgendwo mein Auto. Wie kommt denn das da hin? Alter, was macht der? Alter, dank Nobi, dass du mir den Arsch hier voll ist. Boah. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Hilfe. Hier steht mein Auto. Boah. Das man nicht alle Bullen töten kann und dann die Bullen in der Reichweite wechseln. Das ist dann immer noch der, ja gut, das ist eigentlich logisch. Vergiss, was es hier gesagt habe. Ich möchte alle Bullen bei GTA töten. Dann habe ich ein freies Spiel. Wäre eigentlich realistisch. Irgendwann, ich meine, irgendwann dürfte es ja keine mehr geben. Okay, dann sind wir wieder hier. Perfekter Ort, um die Kinder zu wegzwecken. Bei Wispucci, Wisp, Wisp, Wispucci Ist das hier? Hier müssen wir eigentlich safe sein. So Schön! Seid ihr, habt ihr gerade Aggro oder alles safe? Nee, nee. Ja sonst würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Folgenpäuschen. Warte! Ja? Du pinkes Schwein, du braunes Schwein, silberner Totenkopf. Ich guck mir ja gerade Masken an hier. Auch geil! Grüne Karnevalsmaske, grüne Affe, die sind alle noch nicht freigeschaltet. Grünes Monster ist auch geil. Kommt mal zum Wispucci Masken-Dingens. Mh? Machen wir dann. Achso, willst du in der nächsten Folge dann machen? Ja. Wir, hoffentlich. Ja, ich bin schon da. Ich warte dann einfach auf euch. Ich auch. Achso, ja. Wir, also du. Ja. Okay. Sehen wir uns in der nächsten Folge und dann, äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Alter Schwede! Das geht ja richtig ab hier. Aber endlich haben wir mal geschafft, irgendwie nur mit der Crew zu zocken. Mann, 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 Mann. Ja, ist eine schwere Geburt, aber naja, gut, auch hier hat man nicht gerade die Ruhe. Also ganz ehrlich, vier Sterne beim Überfall hatte ich noch nie. Das ist mir noch nie passiert. Naja, in der nächsten Folge wird's bestimmt viel erfolgreicher mit den Masken. Ich bin sehr gespannt, wie das dann abläuft. Ciao mit Fügel! Tschüss! 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 Tja!